2. Klappe 8. 1. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 1. 1. Schick. Ich hack den Winkel. Er dreht ja direkt weg. Oh Alter, dieses eklige Flaggfeuer. Hier rafft er auch nicht. Warum hat der so wenig Schaden bekommen? Das waren ja gerade mal 7K bei 3D. Wahnsinn. Die Balance fehlt ja überhaupt komplett. Ich muss mich jetzt gar nicht abschlecken lassen. Um. 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 An der Stelle... Komplett! Das war's, bin ich's gerne. Hebel dich mal lieber ein. Hinter uns kommt jetzt ne Sumo. Sorry, Gamer, dass ich dir grad da nicht so gut helfen kann. Ich hab grad die CVs, äh, die DBs. Alles gut. Hä? Ist der jetzt... Was macht der denn da? Ach, der macht der auch? Ich hab's wieder rausgefahren. Äh, komm nicht so. Die Läuligkeit, ich muss den Bogen fangen, oder? Oh, scheiße, warum müssen wir weiterfahren? Uh! Müssen wir noch abgeladen. Ah, doch, es geht so. So was denn dann? Ja, klar, wird der mir jetzt geklaut, der Kill. Der kann schon mal keiner anhanden. Also, dann kommt der DB wieder. Können wir unseren... Also, geht doch. Der heilige Zerstörer gesunken. Ich ist nicht voll. Danke Herr Müssen, doch. Ah, jetzt stehst du genau vor meine Nase! What the fack! Die Schupsikrand. Das geht vielleicht, äh? Hab dich mal als Bremse genommen! Hahaha! Meine letzte Hydro. Ich geier mir mal gerade die Helena. Ich hab genau. Ich bin noch nicht der FD-Capt. Radar, Entschuldigung. Radar. Welche blöde Hydro war das? Es war wiederum. Oh, Alaska hat uns Radar. Ja, Alaska hat uns Radar. Ja, und sie sind jetzt mal die Bogen gegen den Meer gefällt. Er hat doch die Fabian und Radar. Die Menuh bleibt immer noch, Alter. Sie faktisch nicht zu tallen. Die Menuh bleibt immer noch ALTER. Essen! Die Menuh bleibt immer noch, Ich glaub das nicht, Alter. Warum lebt die noch, Alter? Nee, 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 nee. Keine curator35. Keine emitted einen de하는ugs. Lass sie nicht, falls sie genau hinterm Berg steht, ne? Ja, umso an der Suche. Ich schieße auf die Sobo, woher es war. An sie komm ich wenigstens noch dran. Ja, ja. Ich fährt vorwärts, scheiße. Oh, sonst macht er das auch so komisch. Letzte D für uns. Weh, doch. Hättest die Dings gestorben durch die Alaska, Alter. Ich krieg dich. Was treiben die denn da hinten links, Alter? Die hätten mich doch alle rausrotzen können, oder? Ich hab grad da hingeladen, Alter. Oben oder sowas. Ach, der gegnerische ZK ist auch schon draußen. Alter, der ZK ist nicht weg. Wahnsinn. Und was ich nicht verstehe, da die Miene und der Lass wir überhaupt noch leben, weil die waren am Anfang die ganze Zeit offen. Hat kein Schwein draufgeschafft. Wahnsinn. Guck mal, die sind da drüben die ganze Zeit hinter der Überzahl von Leuten von uns, ne? Und die schaffen es nicht, die drei Schiffe dahin zu holen. Ich schlafe es einfach nicht. Wir sind da noch. Zwei Kreuzen und zwei Schlachter. Die schaffen nicht die Miene und die Alasker aus. Verstehe ich dich. Wir waren da grad mit acht Mann. Wir waren mit vier Mann in der Richtung. Und haben nur die Hälfte der Gegner aufgereiht. Das ist ein Verstömer versinkt. Hahahaha. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.